Wir haben Kaiserwetter vor Kaiser Panorama und mit der Eröffnung der neuen 10er Einseilumlaufbahn, der Mayerbahn, mit einer Österreich-Premiere, die ersten 10er-Gondeln in Österreich überhaupt und im Anschluss daran die Oxalmbahn, eine 8er-Sesselbahn mit Sitzheizung, Wetterhaube, spielt die Mayerkette alle Stücke, die sich ein Skifahrerherz nur wünschen kann. Wir erschließen mit der Mayerkette mit Sicherheit eine der schönsten Skiflächen in den Kitzbühler Alpen, die Casa, eine der längsten Abfahrten im Skiraum Kitzbühel. Nur eine Zahl brauchte man vorher 24 Minuten, um vom Tal zur Ehrenbachhöhe hinauf zu gelangen, reichen jetzt 11,25 Minuten. Schneller geht's nicht.